Schwimmende Pflanzeninsel halb rund 120 cm Käupen für 12 bis 15 Pflanzen im Koi-Teich. Wir empfehlen 1 Befestigung Sanka, um die Position der Schwimminsel fixieren zu können. 5 Gründe, die für den Kauf und den Einsatz von Pflanzeninseln im Teich sprechen. Sie helfen beim Ableichen der Koi. Durch sie entstehen schattenreiche Plätze unter Wasser für die Koi. Die Koi nutzen sie als eine Art Spielplatz und sie sind ein optisches Highlight im Teich. Preis etwa 74,99 Euro.